Musik Hier sehen wir jetzt mal zwei verschiedene Systeme, man sieht es aber nicht. Hier haben wir die Bauherren, die dieses Haus bemustert haben, einmal einen Rollladen gewählt und einmal haben sie hier Jalousien gewählt. Warum? Manchmal möchten wir in einem Raum komplett abdunkeln können, im anderen Raum ist es wichtig, dass man sich vor der Sonne schützt, aber trotzdem Helligkeit ins Haus reinbringt. Und was ich hier super gut gelöst finde, da müssen sie dann mal ganz genau die Baubeschreibung prüfen oder die Angebote von den Fertighausanbietern. Man muss schauen, dass es optisch ein gleiches System gibt. Es gibt also viele Anbieter, die können eigentlich nur eins und wenn sie darauf bestehen, dass das eine ein Rollladen ist und das andere eine Jalousie, dann kriegen sie eventuell irgendwie eine Kiste auf die Fassade draufgesetzt. Sieht nicht sehr schön aus und ich würde schauen, dass das immer aus einem Guss ist, wie hier auch. Also wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare, ich versuche jedem zu antworten.